Auf jeden Fall was ganz Verrücktes tun. Es ist der Manu, der hier neben mir sitzt. Der ist schöner, er kommt aus München und die Stimmung pro Manu ist ziemlich gut. Wir können es mal ausprobieren. Wir sind auch gleichzeitig als Fanbeauftragter mit den Fans vom FC Bayern im Stadion. Das ist der Pokal, den wir gewinnen werden. Ja, wir werden viel zur Wahl sein. Und dafür machen wir was ganz genau? Die Haare. Die Haare. Wir machen ihn quasi zum Arjenrompen. So, und dafür machen wir was hier hinten. Ich habe mir dann wirklich sehr cool, dass es umgemacht wird. Wir sind vor Ort, 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 wir sind vor Ort. Schönenau! 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 Untertitelung des ZDF, 2020